Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArcherGaming, Flucht am Start. Heute gibt es eine weitere Squad-Winning-Challenge, außerdem ein weiteres Team of the Season. Das Bundesliga-Team of the Season ist schon draußen und zwar jetzt ganz, ganz brandneu. Heute rausgekommen PPSPC und die Mbavo SPC. Die gucken wir uns heute an mit dem Format, lohnt sich die SPC, yes oder no. Außerdem haben wir das Liganos Team of the Season. Einmal am Start, da wird es morgen die garantierte TOTS SPC natürlich zugeben und nicht nur das haben wir am Start, sondern natürlich auch eine Objective-Geschichte. EA will uns Hopps nehmen. Welchen haben wir natürlich als Objective-Spieler? Ihn, ja. Den guten alten TOTS Corona, Jungs. Ihr wisst Bescheid, 90er RM ist am Start und wir müssen das Ganze in Squad-Battles oder bei Rivals einfach machen, mit Liga-Loss-Spielern einmal treffen in drei separaten Partien. Ist auf jeden Fall easy-Game, Jungs. Gucken wir uns gleich mal bei Footbin an, in Squad-Battles oder bei Rivals, also quasi, ja, so nebenbei, ja. Vier Tage verbleiben, dass der gute Mann noch TOTS Corona ist am Start und, ja, die SPCs gucken wir uns an. Nicht nur diese beiden Spieler-SPCs sind rausgekommen. Bevor wir rein starten in das Video, könnt ihr gerne das Video supporten und zwar mit einem fetten Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. Drei Likes gebe ich euch als Ziel raus. Zerstört also sehr gerne den Like-Button, Jungs. Und wir gucken uns mal gleich unter anderem an und zwar folgende SPC, die 83 plus mal 5er Upgrade-SPC. Sie war schon in den Codes geleakt worden und jetzt ist sie endlich da. Zwei Tage verbleibend. Ich gehe mal davon aus, Jungs, dass sie tatsächlich am Donnerstag oder so nochmal refreshed rauskommt, ja. Aber das Problem bei dieser SPC ist folgendes. Wir bekommen 5,83 plus Spieler und wir können darüber diskutieren, dass ein 85er Greater-Squad mit 70 Team-Schmie und zwei Team-Out-Weeks oder halt zwei Team-Out-The-Season, beziehungsweise ein Team-Out-The-Week oder ein Team-Out-The-Season, einfach zu teuer ist, ja. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu rein in die Kommentare, falls ihr dazu die SPC gemacht habt. Schreibt mir rein, was habt ihr für einen Pack-Pull gehabt. Reihen runter in die Kommentare und falls ihr heute Mittag das Video noch nicht gesehen habt, checkt es oben rechts auf dem i ab. Da haben wir zehnmal und zwar folgende SPC einmal abgeschlossen und zwar die 85 plus Bundesliga-Upgrade-SPC zehnmal abgeschlossen, ja. Auch dazu gerne in die Kommentare schreiben, was habt ihr gezogen. Let's go, ja. Und ihr seht es schon direkt daneben, ihr habt es eben schon gesehen, eine neue Icon-SPC. Drei Tage ist die vorbleibend, 91 plus Prime-Icon-Upgrade am Start, Jungs, ja. Und da müssen wir direkt mal gucken, was kostet der ganze Spaß eigentlich. Was kostet der ganze Spaß und das werden wir jetzt mal versuchen herauszufinden, wenn es schon ein Preis da ist. Wir gehen gleich eher auf Footbill, Jungs, aber von weg auf jeden Fall schon mal, ja, tatsächlich ist es schon ein Preis da. Zu der 83 plus Bundesliga mal 5er-Upgrade-SPC. Wir machen gleich einmal dieses Pack auf und mal gucken, ob sich das Ganze lohnt. 120K, ja, 120K und wenn ihr, wie gesagt, komplett hops genommen wird von EA, dann sind es einfach 5 83er für 120K. Das tut ja jetzt schon weh, wenn man sich das mal ausdenkt, Jungs. Eine Bundesliga-Torch-Stand ist auch noch am Start, Gold-Player-Pack gibt es da als Rewards zurück. Ist aber nicht so gut bei Footbill geratet, also wahrscheinlich, was haben wir für einen Squad? Ich gucke mal eben schnell nach, Jungs, 80er geratet das Squad, da müssen wir nicht drüber reden, da besser die Finger weg von lassen. Also, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt bei Footbill, das Liga-Noss, Team of the Season, etwas genauer an. Die Upgrades und vieles, vieles mehr. Und natürlich gehen wir rein in die Packs. Also, let's go und up fort. So, Freunde, da sind wir am Start, falls ihr generell übrigens kein Team of the Season content mehr verpassen wollt, ja, könnt ihr gerne eins tun, und zwar die Glocke einmal aktivieren. Auf kostenfreier Basis ein Abo dalassen auf dem Weg zu den 42.000 Abonnenten. Knapp 50 Leute fehlen uns da noch, also insofern einfach ein Abo dalassen und, ja, die 42.000 voll machen. Dankeschön auf jeden Fall dafür, für euren fetten Support, der tagtäglich kommt, Jungs. Und morgen wahrscheinlich auch wieder Doppel-Upload am Starten, Mittag-Upload, mal schauen, was es wird. Jetzt aber erstmal zu den neuen Spielern. Also, so, wir haben die What-If-Karte von Mbappu. Die Frage ist, was ist die 90er-Flashback-Geschichte? Was kann sie hergeben? Und was kosten die SBCs eigentlich? Wir sind gerade ingame nicht reingegangen. Wir gucken uns das aber jetzt gleich direkt mal an. Und zwar gehen wir jetzt erstmal rein, und zwar zu den SBCs. Ein Mbappu kostet euch ein 83er-Gradian-Squad, dann noch einen weiteren 84er-Gradian-Squad. Mit einem Team of the Week oder Tots Moments, beziehungsweise Team of the Week, das ist hier falsch angegeben. Und dann haben wir ein Informal-Team of the Season plus ein 86er-Gradian-Squad für einen Mbappu. Dann geht es weiter mit einem Pepe. Ein Squad nur, welcher 84er mit einem Team of the Season Moments, oder beziehungsweise Team of the Season oder Inform. 75 Teams-Schminken, das ist schon heftig, Jungs. Gucken wir uns gleich mal an, was die Karten können. Hier seht ihr schon 60 zu 40 ungefähr vom Verhältnis her, und hier eher, Daumen nach unten für Pepe. So, ich würde sagen, wir gucken uns die beiden jetzt mal an. Oh ja, Jungs, Antritt direkt. Erinnert an Hummels, Antritt natürlich nicht so nice. Da muss ein Shadow drauf, und dann hat er ein 96er-Innenverteidiger-Karte am Start. 98er-Reaktion ist natürlich sehr, 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 sehr gut. Die Frage ist, ist das top oder eher flop, Jungs? Ihr könnt es für euch entscheiden. Ich werde Pepe definitiv nicht abschließen. Mbappu, da bin ich mal aufs Upgrade zu der What-If-Karte. Oh, plus 10-Schuss. Er moin. 15 Positioning. Defensivmäßig jetzt nicht so wirklich. Da stellt sich die Frage, Jungs. Offensiver spielen. In der Mitte, mit einem Powerhouse. Fast 94er-ZDM. Sieht nicht schlecht aus, Jungs. 99 Ausdauer. Als Innenverteidiger 1,84 ist er groß. Shadow, Anchor. Jungs, da überlegt man sich dann wahrscheinlich mit dem Sentinel zu gehen. Tempo braucht er nicht mehr. Boah, schwierige Entscheidung. Ich bin mal gespannt, was die SPC kostet. Und auch gespannt bin ich bei der 91er Prime-Icon-Upgrade der SPC. Da müssen wir ein 84er-Gradion-Squad-Up geben. Mit natürlich einer Special-Karte. Dann eine Special-Karte mit 85er und 86er. Ebenfalls mit einer Special-Karte. 557 Schmied, 60 und einmal 65. Also das auf jeden Fall schon mal zu den SPCs. Preis ist hiervon noch nicht da. Pepe werde ich definitiv nicht machen. Mbappu über... Oh, 330k. Als wenn der 330k kostet, Jungs. Schwieriges Ding. Warum ist der nur drei Tage da, Jungs? Da brauche ich ein bisschen Bedenkzeit. Da brauche ich ein bisschen Bedenkzeit. Vor allen Dingen, wir wissen ja auch noch nicht, was für andere Upgrade-SPCs kommen, Jungs. Oder für generelle SPCs, ja, Spieler-SPCs. Da bin ich mal gespannt, Jungs. Und hier habt ihr das, wie gesagt, gerade gesehen. 93 plus mal 5er Upgrade. 90% da runter. Wir gucken trotzdem gleich mal rein ins Pack, was das Ganze gönnt. Vorab gucken wir uns mal eben. Und zwar die Spieler und... Moment, so. Da sind sie am Start. Zack. Die Spieler der Liga NOS einmal an. So. Zack, zack, zack. Pepe haben wir uns eben schon angeguckt. Fangen wir an. Mit Petro Porro. Sporting-Meister geworden. Drei Sterne, drei Sterne. Rechter Außenverteidiger. Encore. Nichts Besonderes. Kostet auch nur 30k. Gerade erst rausgekommen. Torwart Adan. Können wir auch überspringen. 33k in Palinja. Erste Special-Karte für ihn. Ordentlich Tempo draufgekriegt. Ihm auch mal ein Encore draufpacken. Oder sogar ein Shadow. ZDM am Start. Auch kein schlechter für den Preis. Dann geht es weiter mit Coates. Auch er. Obwohl. Antritt. Der ist der bessere. Ja, das war... Jungs, der ist der bessere Pepe, was das angeht. Dann haben wir Pedro Goncalves. Jetzt als Mittelstürmer draußen. Nice. Hier die Katia ZM und die rechter Flügel gewesen. An die Future-Stars-Geschichte. Vier Sterne. Vier Sterne hat der. Oh, nur 300 maximal. Alter. Alter. 94. Oh, die sieht nice aus. Jungs. Die sieht natürlich nice aus. Oh mein Gott. Alles hier auf 99. Ja. 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 Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Let's go. Sehr nice Karte. Dann haben wir Sergio Oliveira. 3-3 leider nur. Das macht ihn natürlich schon nicht so gut. 90 Ausdauer. 92 Reaction. Da weiß ich gar nicht. Was willst du denn draufpacken? Shadow sieht auch nicht so nice aus. Ein Engine. 93er ZM. Aber die Devs sind zu wenig. Ich weiß nicht. Offensiv würde ich den jetzt auch mit den 3-3 nicht spielen wollen. Also mit dem kann ich nicht wirklich was anfangen. Weil entweder Defensiv und Offensiv 3-3. Das ist mir zu wenig. Dann haben wir die Objective Geschichte am Start. 4-5 macht ihn natürlich schon extrem, extrem, extrem nice die Karte. Und da ein Dead Eye drauf. 94er ZOM. 93er 91er. Ich glaube das ist der Dead Eye Muss Jungs. Der Dead Eye Muss. Und der ist natürlich offensiv 95 Ausdauer. Das schmeckt sehr, sehr gut. Dann haben wir Octavio. Kommt mit 220 Karte direkt rein. Wegen seinen 4-Stern. 4-Stern. Natürlich sehr, sehr brauchbar. Ja. 97er ZOM bringt. Ja. Also da auch nice Karte. Kann ich euch empfehlen. Gut wenn man den morgen ziehen sollte. Ota Wendi. Ein weiterer Innenverteidiger. Neben der PPSPC. Und der ist definitiv Jungs. Auch mit dem Argentinien Link. Der ist definitiv mit dem 40 Karte. Jungs. Der kostet 38 K. Ja. Na gut. Der ist 1,83. Da könnten wir drüber reden. Aber sonst. Das ist die bessere Pepe Karte. Leider nur 75 Ausdauer. Das reicht aber sonst alles. Mega Jungs. 92er Reactions. Nicht so eine hohe Reactions wie Pepe. Aber das sieht nicht schlecht aus. Seferovic. 3-3. Das ist zu wenig. Den brauchen wir uns gar nicht angucken. 3-2. Linksverteidiger Grimaldo. Ja. Der bringt natürlich gute Links mit. Encore. Und Abfahrt. Oder? Ja. Encore Jungs. 9,99. 9,99 Ausdauer hat er. Sowieso. Und da kann man auch überlegen. Dann hier mit dem Powerhouse zu gehen. Und dann als ZDM zu spielen. Let's go. Guckt euch die Arounder Stats an. Alles nice. Und dann haben wir noch Raffa. Der auch leider noch 3 Sterne Weakfoot hat. Was ein bisschen schlecht ist. Aber mit einem Dead Eye. Ja. ZDM mit 3 Sterne Weakfoot. Fühle ich jetzt nicht. 4 Sterne Skills hat er. Das. Das killt ihn halt ein bisschen. Wenn er auf 4 Upgrade wird. Dann kostet die Karte direkt 250k. Oder sogar noch mehr. Das killt die Karte ein bisschen. Also das auf jeden Fall zum Team of the Season. Der Liga Noss. Mal gucken was wir morgen in der garantierten Liga Noss. Tots SBC dann am Start haben. Da werden wir auch wieder einige Sets auf jeden Fall machen. Und jetzt heißt es zurück zu den SBCs. Und zwar zu der 83 plus. Bundesliga mal 5er Upgrade SBC. Was können uns die 130k bieten Jungs. Daumen drücken. Pack like in die Kommentare und Abfahrt. So Freunde. Wir gehen rein in Pack Nummer 1. Von der 83 plus mal 5er SBC. Wir haben wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Jungs. Und es wird der Tots direkt. Es wird der Tots direkt. Deutschland. Oh mein Gott. Es wird Baku. Der Lowest Rated. Bitte lasst dahinter irgendwas hoch Rating mäßiges dabei sein. Guerrero und Baku. Freue ich mich jetzt nicht. Würde ich mich jetzt nicht drüber freuen. Wir gehen mal rein in das nächste Jungs. Wir kriegen wahrscheinlich heute noch ein paar mehr Packs rein. Also let's go. So Freunde. Zweites Pack. Zweites Pack am Start. Kann das gönnen. Das kann nicht sein Jungs. Sie ist so teuer die SBC. Aber so bekommt ihr zumindest den ersten Eindruck Jungs. Was die SBC kann. Beziehungsweise was sie nicht kann. Und dann würde ich sagen. 3, 2, 1. Let's go. Come on. Was wird's. Bitte kein Baku. Bitte kein Baku. Zwei Tots mindestens. Es wird wieder die Tots SBC. Nein. Nein. Oh mein Gott. Jungs. Das ist O2L. So Freunde. Dritte Spack. Also das ist ja komplette Verarsche hier. Was ist denn bitte los hier? Oh mein Gott. Jungs. Damit haut rein. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Bis morgen. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Was ist denn hier los? Was ist dieser SBCs los? Jungs. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo. von Archie Gaming. Euch einen entspannten Abend. Macht dieses Game aus. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.